Hör man, sie lasst dann wieder die Hälfte des Streams irgendwie... Ah, da ist sie, die Slim. Sie sieht aus wie die PS4. Oh, haben sie es endlich mal geschafft? Die sah aber auf den ersten Blick echt aus wie... Ah, die Scheiße, nein! Diese Punkte! Oh, oh nein! So, jetzt hab ich's. Oh, weiß, weiß! Xbox One Ass! Mein Ass! Das ist die PS4, Mann! In weiß! Ich hoffe nur, dass sie... Ich hoffe, sie haben den fucking Powerbrick mit reingetan. Ja, wer, wenn nicht? Schlimmer! Auf jeden Fall ist es gut, dass sie standardmäßig weiß ist. Oh, oh, 40% ist schon... Alter! Also 40% ist krass. 2TB internal HDD, auch cool. IR Blaster, keine Ahnung, was das ist. Integrated Power Supply, endlich! Ja, alles schön und gut. Nur schade, dass ich schon eine Xbox habe. More exciting Hardware, more innovation on Xbox Live, and of course, more exclusive games. Oh. Yeah. Toll. Weniger für PC-Spieler. More exclusive games. Richtig so, yeah, Standard-Rede. Was ist das, Skills of War jetzt? Ja. Coalition Skills of War. Ah, scheiß auf Skills of War. This icon means when you buy the game digitally, you get to own it and play it on both Xbox One and Windows 10 PC. Ah, schlussendlich. Das haben sie aber bei Quantum Break schon gehabt, oder? Nee. Nee? Meines Wissens nicht. Ich glaube nicht. Glaube ich. Das ist echt cool. Oh, das ist nice. Das ist tatsächlich echt ziemlich cool. Das ist schon Vorreitermäßig. Vorreitermäßig. Das ist auch, dass der Fortschritt da geschert wird. Ich frage mich auch auf Games-Saves. Ja, ich denke schon, man verklaut. Oh, Crossplay. Mit jedem Koop-Modus. Sehr nice. Hm. Oh. Gory. Davon könnte es ruhig mir ein Halo geben. Oh, jetzt kommt ein cooles Interactive-Verhältnis. Benutzen wir doch das Ding, auf dem das Hans-Symbol ist. What are you doing? I don't even know. Der andere Fall war ein, der Schwadler muss in der Deckung bleiben und er steht einfach neben dem Gerät. Oh, das MG sieht mich schon nicht. Oh no. Und er macht genau eine Brücke, lass mich halten. Und schon ist eine Brücke da. Komm schon. Ja, klar. Genau das wollte ich gerade. Oh no, das ist blöd. Oh, da weiß ich jetzt gleich Schnitt, jetzt kommt das große Monster, dann kommt. Ja, sag ich doch. Ähm, kein Zorn, so bin ich gerade, der Ton ausgefallen. Oh, jetzt, ja. Der ganze Channel-Loll-Loll-Sensee, na ja, gut, der Klaus hält sich in Grenzen. Und jetzt okay. So, warum, da ist sie los. Zwieg ich was nicht, staats. Nein. Oh Gott. secularそうだ als oder alt. 내가 말 mit dem controller als über das Spiel zuحysen gibt. Windows 10 exclusively. Ich schnauze jetzt mit der Scheiße. Ist das ReCore? Nee, die ReCore-Grafik ist mehr so Overwatch-mäßig. Comic-Style. Es ist schwierig zu sagen, was das jetzt ist. Auf jeden Fall nicht. Eine neue Marke. Sieht aber gut aus. Das ist irgendwie Zoo Tycoon 11. Night Forza Horizon! Geil! In Australien, Alter. Sehr cooles Setting eigentlich. Durch die Wüsten fahren. Schon mal. Also sieht echt geil aus. Alter, sie haben auch Wicked Game in ihrem Trailer. War auch im Game of Thrones Trailer. Boah, das ist mal was anderes. Das ist mal geil. Das ist mal richtig offroad durch den Jungen. I'm so fucking sold again. Boah. Oh, Wicked Game, Alter. Das ist so ein geiles Team einfach. Oh, ich hoffe, dass sie die Wahlen wieder zurückbringen, so wie sie im ersten Forza Horizon waren. Die Grafik ist einfach nur so gorgeous. Das geht gar nicht. Und das ist auch mal geil. So Dün-Rennen. Oh Gott, dieser Mann ist so cheesy. So, sie geht so voice-mäßig richtig ab und dann springt mir natürlich in Zeiten. Oh, Heli. Und wieder natürlich ihre Show-Rennen mit Chats und Shit. Die überhaupt nichts aussagen, außer gute Grafik. Ich glaube, die sind doch nur da, weil es im Trailer nice aussieht. Oh yeah, clap your hands. Das war nice, I guess. Und dann her mit den neuen Features, Ralf. Und Xbox One S in HDR. Oh, ja. Und Xbox One S in HDR. Oh. Andy, playing on a high-end 4K Windows 10 PC with his favorite steering wheel. Oh, oh. Er kommt also sofort aufs PC. Das ist natürlich geil. Das ist geil. Da bin ich echt am überlegen, er ist mir für PC zu. Ja, solange es aufs Plattform ist, ist eigentlich egal. Können wir halt so. Eigentlich ja. Wo war der letzte jetzt? Ich weiß nicht, Gott. Und Bill, auf Xbox One, ist in the new Lamborghini Centenario, das perfekte Fahrrad, um auf ein paar von den fastest Fahrraden zu öffnen. Hm. Oh, lol. Wieder einfach random Papageien aus dem Boden kamen. Und wir beginnen mit Bill, der die Centenario durch seine Fahrzeuge auf den schnellsten, schweißen und schweißen und schweißen. Viel Glück. Ach, das sieht auch geil aus. Scheiße. Oh, der aufgewirbelte Staub. Oh, die Showcase. Wie er das Schild noch weggerissen hat. Ich bin lustig übersteht Stage. Stage. Oh, dieser Dschungel, alter, geil. Oh. Oh. Oh, das sieht so nice aus. Das Setting ist so genial. Ich fahre mich auch schon darauf, wenn sie wieder die ganzen Game-Redakteure dann nach Australien einladen, und die dann auch sehr random rumcrewen. Campaign Coop. Wie geil. Und jetzt spielen sie alle zusammen mit Crossplay. Krass. Coop-Campaign. Coop-Campaign. Jo. Stimmt. Buy once und play dann X-Pro-Campaign. Wir müssen uns gar nicht entscheiden. Ja. Ja. Wie schön. Wie geil. Und jetzt, dass sie alle zusammen sind, ist die Reise auf. Oh, diese Pfeil. Wie geil. Wie geil. Wie alles schön. Wie geil. Auch hier. Bo לפ бы. Und jetzt wurde auf Ausk miell ¿WOpBoeroy auf ihrem Ende zu scons? War gerade treffendi? Oh. Oh mein Gott. Ja gut, also Forza reißt schon Bäume auf. Das ist krass. Das ist schon echt krass. Stand exclusive. Das ist aber Rekord. Ja, krass. Ja, mal sehen, was hier der Joe Staten macht. Ja, in Fingern war coole Musik. Also ich weiß nicht, also wenn es wirklich so gut ist, wie man das von Joseph Staten erwartet, obwohl es erst mal vom Artstyle so nicht mein Spiel ist. Das ist halt so künstlerisch, krass Indie-mäßig irgendwie. Na. Ja, aber sowas ist die Story einfach... Was ist denn das? Ist das ein Platformer oder ist das ein Shooter? Oder irgendwie alles. Alle Spiele kommen auf den PC und das wird mit Halo aufpassen. Herr Präsident, von Square Enix, Game Director Hajime Tabata und Senior-Producter Yukishimoto. Ich habe Zeit, wie es bei Habata ist, wenn ich ihn aufzunehmen. Was ist das jetzt hier? Final Fantasy? Ja, tatsächlich. Hallo, everyone. Hallo, everyone. Ich war you O2C. Und ich war die Final Fantasy-Best-Kirche. Bei Microsoft-Dore. Ja, genau. Final Fantasy, also schon wieder. Also, ich will das Spiel jetzt nicht... Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich verstehe es nicht. Das war great. So über sein eigenes Game erstmal. Say it was great, buy it! Ja, ich glaube nicht, dass Division jetzt so ein schlechtes Spiel ist, aber... Weiß nicht. Keine Ahnung, ich finde das Setting halt einfach irgendwie so wieder zu military und shit. Das ist irgendwie keine Ahnung. Ich habe den Trailer von Battlefield gesehen, den sie gestern gezeigt haben, und es sah einfach wieder mal phänomenal aus. So vom Aussehen und vom Setting ist es einfach nur geil. Das Setting ist echt nice, muss ich sagen. Also ich muss halt... Aber wie das Spiel dann ist... Noch länger verfolgen, weil, keine Ahnung. Also wenn es mehr Content hat als Star Wars Battlefront, dann lohnt sich das bestimmt schon. Das schon, aber ich werde es mir glaube ich nicht holen aufgrund der Tatsache, dass es sich, zumindest von dem was ich gesehen habe, scheint es so, als wäre es wieder mehr so an den normalen Battlefields dran, was das Gameplay angeht. Also so Battlefield 3, Battlefield 2 und das taugt mir einfach nur in Battlefield 2, aber auch noch eine höhere Time-to-Kill. Das klingt doch erst nach Batman-Problem. Ja, aber es gibt halt auch schon wieder hinlegen und ich finde hinlegen macht das Gameplay einfach so langsam und mühselig, weil du dann da wieder irgendeinen Punkt am Horizont hast, der dich irgendwie beschießt. Also das passiert, finde ich, im Battlefield, also im normalen Battlefields im Vergleich zum Bad Company ist viel öfter. Also es sieht einfach nice aus. Ach, das ist sogar genau der Trailer, ne? Ja, stimmt. Und ich glaube, das Setting bietet bestimmt... Also ich weiß auch nicht, ich würde mir den Singleplayer auch gerne nochmal ansehen. Ich glaube, ich werde es probieren. Ich werde es einfach mal probieren. Ich weiß noch nicht, wie sie es halt mit der DLC-Politik da wieder von massen. Keine Ahnung, ich werde es mir... Auch dieses Luftschiff. Wenn das untergeht, das ist so geil. Ja, das sieht schon alles sehr nice aus, aber es ist halt auch nur so... Ja, es muss ja nicht jeder... Also ich habe die Design-Probleme, das war genauso bei Titanfall irgendwie. Es muss ja nicht jeder Shooter krass competitive, super krass amazing shit sein. Ja, darum geht es mir gar nicht. Aber ich will halt einfach irgendwie so eine gewisse Geschwindigkeit und ich habe... Ich bin es einfach leid. Ich bin es einfach so leid, in irgendeinem Shooter irgendwo einen Sniper mit meinen Waffen bekämpfen zu müssen, der genau so groß ist wie das Korum in meiner Visier. Ja, das taugt mir einfach noch. New Features. New Features. Ja, schlussendlich. Ja, schlussendlich. Danke, endlich mal. Oh, wundervoll. Wow. Oh, das hat ja... Oh, das hat ja... Das ist... Clubs. Ja. Eigentlich nicht schlecht. So wie Steambooken oder was? Ja, scheinbar. Man muss ja sagen, dass ihr Social Zeug tatsächlich vergleichsweise gut genutzt wird. Aber... Du kannst nicht über Kompettitionen, ohne zu sagen... EA Sports. EA Sports. Will euer Geld. Sports. Sports. Halo Sports. TV Team. Juhu, Minecraft Zeug. Ähm... Sieh, das ist ein Lieblingsspiel. Wir sind begeistert, unsere Gemeinschaft zusammenzunehmen, egal in welchen Geräusch sie spielen. Also, wir nennen uns heutes Release das freundliche Update. Oh... 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 Ist cool. Ja. Hallo. Ich spiele mit... Hololens. So wie jeder es tun würde. Ne, das ist Oculus. Ach so. Ach, er ist auf Samsung Gear VR. Oh Gott. Ist das echt diese schlechte Samsung Brille jetzt? Ja. Das heißt die schlechte Samsung Brille. Das ist ein Handy. So, dann zeigt mir ein bisschen Halo hier. Mach mal den heißen Scheiß hier an, bitte. Oh Gott. Waren das jetzt echt lila? Tatsächlich. Ja. U-Design it's Rebuild it. Oh. Oh, mehr Custom Controllers. Ja. Oh, ich wollte mir vielleicht mal einholen. Wenn das nicht teuer ist, dann ist das vielleicht echt nett. Vielleicht um 60 oder 70, wenn man schon zahlt. Oh, und kann auch sein... Ach du Scheiße. Das ist ja mal richtig nördlich, man. Und dann steht da bald... Aber es sieht cool aus, so. Geht wahrscheinlich auch nur in den USA. Genau, dann steht da bald Lauchalarm. Auf deinem Kontroll. Lauchalarm. Lauchalarm. Ach, das ist doch ihr Ding. Ist das superhot? Von... Ne, das ist von den Limbo-Machern, glaube ich. Ja. Ja, genau. Stimmt. Da kommt wieder so ein hipper Trailer wie immer. Natürlich ein Kuppe. Kuppe! Oh, endlich mal hier auch diese Space Engineers. Oh, ich freue mich auch so auf Below. Hat auch lange genug gedauert. Ach, wie heißt das nochmal? Ist das... das ist das Geile? Wie heißt das, ähm... Jesus, das sind doch ältliche Scheiß-Tablete. Nom nom. Ach so, das sind so Happy Pillen, ne? Ich hoffe, dass ich dich in der Konferenz-Rühe presentiert habe. Don't dawdle. Don't dawdle. Don't dawdle. Don't dawdle. Was ist das? Das ist eine crazy Scheiß-Wand. Hi Arthur. Was ist das? Unc. Jack hat eine ganze Show über das. Das ist eine kräftige Pinata. Das klingt irgendwie ätzend. Wir haben letztens eine verschenkt, die gehen gar nicht so leicht kaputt, wie man denkt. Das war's. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Das ist wirklich keine Pinata. Ah, ja. Das hab ich doch gewusst. Jesus. Oh. Oh, oh. Oh, oh, Martin. Nice. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gordon Freeman Er ist zu schlecht für Gordon Freeman Ah, dieses Gesicht Tekken Oh wow, Tekken Ich wollte immer Tekken auf der Xbox haben Und der Typ von Street Fighter in Tekken Ach, ist das jetzt Tekken Cross Street Fighter? Nee, das ist tatsächlich das eigene Tekken Die haben nur irgendwie diesen Charakter bekommen Ich weiß nicht warum Den Trailer habe ich nämlich schon mal gesehen Den gibt es schon länger Ich liebe dieses japanische Das ist ja fast so wie das eine bei Nintendo Wo er mit dem Zelda-Schwertmachau herauskam Das ist einfach nur Das ist so typisch Dead Rising Das Spiel ist einfach nur so scheiße Es ist unfassbar Oh Ich kann diese Phrasen nicht mehr hören In diese schlechten Nö Nein Spoiler Ach, Scalebound ist halt das komische Spiel Mit diesem Hipster Warrior Ja Wobei ich sagen muss Dass irgendwie relativ viele meinen Dass das richtig klar ist Und Platinum Games haben ja auch Bayonetta gemacht Was halt einfach nur auch crazy war Aber ziemlich nice Er hat einfach mal so Beats Kopfhörer Richtiger Hipster Die könntest du so in einen Sportwagen setzen Und Forza spielen Das ist Ach nein Cringe Cringe Jesus Der Hipster von allen Die Locke von ihm Um sie diese Scalebound-Kopfhörer auch zu verkaufen Frag ich mich Nein Jetzt kommt der Nein Das macht er nicht Er hat nicht die Kopfhörer auf Warte, hat der Spieler jetzt auch die Kopfhörer auf Und die Bühne jetzt auch Jetzt kommt erstmal Hardbass Das ist Oh Keine Neu Jetzt bin ich es gerade wieder so bizarr Mit dieser Musik Das ist einfach mehr als bizarr Vor allem der Typ macht nichts Guck dir den an Er hat es endlich geschafft Mein Gott Oh, ist auch Play Anywhere So Komm schon, Halo Bitte, Halo aus Oh Gott Oh, noch nicht Was ist das jetzt? Ach, das ist dieses Comic Game, glaube ich Dieses Team Fortress Da abklatscht Das ist schon cool Ja, es sieht nett aus Ich glaube, das wird so bei der Let's Play Community ganz groß rauskommen So Ja, das kann man so Kollaborieren Ja, ob ihre 40 Euro wollen zu schauen haben Nice We have a fucking problem What do we do? I don't know Fail, 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 fail They come down, yeah Oh Gott Oh man Das wollte ich sehen Schon wieder irgendwelche Zombies Wow Welch kreatives Setting Ich kann diese Zombie Games und Spiele einfach nicht mehr sehen Es ist Ja, man Was? Nicht mehr Halo? Da kommt aber jetzt bestimmt irgendwas Oh, deswegen hat das T-Shirt an Das war so klar Jetzt kommt die Neue Jetzt kommt Ich tippe auf Scorpio Ja, will er was announcen oder nur? Fazit Ja, jetzt kommt der spannende Part, man Ja Also Und was mit VR Ja, jetzt kommt die High-End-Xbox hier Jetzt fahr der doch Wenn wir denken über die Zukunft der Xbox Wir denken über die Barriere Hallo, Bonny Für mich und für die Fans und für die Entwickler Xbox hat immerhin die Innovation und die neuesten Technologie Und die die Welt der größten Konsole Das ist etwas, das wir absolut wollen Ja, wer nur Das ist die Konsole, die die Entwickler uns gefragt haben, um zu bauen Die wollten eine Konsole, die keine Bänderungen hat Die keine Limitungen hat Und die Technologienkomponenten für uns Ist das, was wir wirklich brauchen Oh, Bethesda Ja, das will ich sehen Es wird höchstwahrscheinlich die PS4.5 gerippt Immer mit ihren Teraflops, Alter Es wird die Entwickler glücklich machen, es wird die Gamer glücklich machen, weil sie eine sehr körperliche GPU bekommen haben Die höchste Res, die beste Framerate, keine Kompromisse Scorpio, das ist doch der Name, die sie so jetzt schon Ich kann nicht warte, was die Entwickler mit all dieser Horsprache in der Box machen Das steht nicht wirklich 4K auf dem G Wir können vollständig unkompressen Pixeln Oh Gott, diese Einstellung Dieser, der highest quality Pixel, das anybody has seen Toll Danke, dass ich mir die alte Xbox gekauft habe Für nichts Oh Oh Fallout 4, ja Ja, das haben sie doch schon bei Bethesda Es ist die WeHerdU-Konsole Also das bedeutet, dass wir alle 4 DLCs gesehen haben Und wir haben alle 4 DLCs gesehen Jetzt zeigt die Konsole Ich will bis die ganzen Kreis wissen, die werden wir so nicht erkennen Die 2 Systeme sind Teil der gleichen Familie Die Games arbeiten auf beiden Die Accessoires arbeiten auf beiden Die Box, die wir bauen, ist unglaublich Es wird 8 CPU-Cores Über 320 Gigabyte per Sekunde 6 Teraflops 6 Teraflops 6 Teraflops 6 Teraflops Ich glaube die 89, GTX 89 hat 5 oder sowas rum Ja, wie sieht sie jetzt aus Die RX 480 Zoll Ende 2017 Oh ja Projekt Starpio Will be the next edition to the Xbox One family And it is ultimately the next step in delivering our vision for the future of gaming beyond generations Oh ja, da grinsen When it ships next year, we believe it will be the most powerful console ever built With 6 Teraflops of power, this is our group built specifically to lead the console industry into true 4K games Und gleich im Anschluss Sony, ja, ja, ein bisschen mehr True 4K visuals without sacrificing quality, premiere VR experiences without sacrificing performance Putting greater graphic fidelity in the hands of the world's best creators Xbox One, Xbox One S and Project Scorpio will all be compatible All Xbox One games and accessories will play on all three, no one gets left behind Wie sieht das Scheißdingen so aus? Ja, das haben sie doch noch nicht fertig, glaube ich Ja, wann können sie alle Ja, was explizite sehen, ja Na Na Aber dann musst du jetzt gleich noch irgendwas cooles von Nein, da kommt nix mehr Okay, das war's Oh wow Ich hab mehr Halo erhofft, aber da kam dieses Jahr wirklich nicht viel außer Halo Wars und das verschoben wurde, worum ich ziemlich mad bin jetzt gerade Also, ich hätte, ja, klar, später ist eigentlich immer besser, so, weil Aber, das hätten sie mal bei Halo 5 machen sollen, wo sie festgestellt haben, hm, unsere Story ist crap Das waren unsere Reaktionen und Highlights von der diesjährigen Microsoft Pressekonferenz Aber uns interessiert natürlich auch eure Erfahrung Was hat euch diese i3 am meisten beeindruckt? Hinterlasst uns doch einen Kommentar und vergesst auch nicht zu bewerten Wenn ihr unsere Meinung zum einzigen Halo Titel, der in dieser Konferenz gezeigt wurde, sehen wollt, dann seht doch auch bei unserem Halo Wars 2 Reaction Video vorbei Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und man hört sich im nächsten Video Aufkommen zum nächsten Mal Ja, ich weiß euch Danke und have a great history week.